Ich hab da noch gewonnen, sehr schön. Dann muss ich die Aufgaben hochstellen und ich werde sterben. Leute, ich bin schon tot, ich bin tot. Nicht schon wieder die Aufgabe. Ich mag, ja gut, jetzt hab ich's geschafft. Danke. Ich bin gerade hoch zur Admin und da sind Bernd und Sarah gerade aus Admin rausgegangen. Ja, ich war gerade auf dem Weg nicht auf den Weg gekommen und dann, da war das Licht aber schon aus. Ich hab Bernd gewartet. Ja, ich hab noch niemanden gewartet. Nein! Oh mein Gott. Danke. Das kann doch nicht wahr sein. Dann muss ich versuchen, zack, okay, so. Alles klar, das war dumm. Nein! Ich hab Angst. Oh mein Gott, Alter, hab ich nie! Nein! Oh Gott! Nein! Ich denke immer, es ist Ben, aber danach ist es eigentlich Yasi. Ich bin tot, leider. Nummer 4 ist weg. N***! Vor allem, du sagst so, ich werde nie in Posten so zweimal. Ja, hintereinander, danach kann ich das leider nicht mehr... Ach, hallo! Nein! Oh Gott, ich dachte schon... Oh Gott! Ja, ich dachte auch... Ich hatte gerade nicht... Lani! Oh Gott! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was passiert denn für eine Party? Oh hallo, Vicky! Party time, ja!